Wir verstehen uns super gut, sind vertraut, zärtlich. Keiner belügt oder betrügt den anderen, es ist nur nicht mehr wie früher. Wir streiten ja nicht mal mehr. Wenn man euch so hört, hat man ja fast selber Lust, sich zu trennen. Ich soll die Leitung übernehmen? Auf Malta? Wir waren uns doch einig, ich gehe nach Haiti, die Trennung im Guten. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich verzichte doch nicht auf die Chance meines Lebens, damit du rumvögeln kannst? Dann lassen wir die Kinder entscheiden. Aber wir müssen das ganz verantwortungsvoll angehen. Und wir versuchen nicht, sie irgendwie zu beeinflussen. Sie sollen völlig frei entscheiden. Deal. Hey Kids, ich bin der Marc, Emmas Papi und das hier, das ist der Tobias, Emmas Lieblingsbrüderchen. Tobi, Schach-Genie, noch ein Mann! Hau die Chinesen weg! Kinder brauchen Grenzen. Findest du? Lass ihn ausreden! Ich sehe, du bist auf dem richtigen Weg. Willkommen zu Hause! Hallo! Willkommen im Zauberschloss! Ich wünsche mir normale Eltern. Hau! Das hat wohl nicht geklappt. Doch wir sind so viel, wie wir haben. Au! Wir sind so viel, wie wir haben. Wir sind so viel, wie wir haben. Was? Hier das Top ist übrigens von mir. Ich finde, da kommen Emmas Brüste richtig toll zur Geltung. Vor einem Jahr war Emma immer noch flach wie Holland. Mama! Ich hasse dich. Ich dich auch. Ich bring den Dekorb rein! Sag mal, für wen hältst du mich, E.T.? Ich weiß nicht, was aus der Welt geworden ist. Ziehen Sie sich mal Cindy an. Sie sieht aus wie ein kolumbianischer Drogenkurier.